So, ich bin wieder da, beziehungsweise ich komme gleich wieder, Moment. So, ich bin wieder. So, ich bin wieder. Ich bin wieder. So, ich bin wieder. So, ich bin wieder. So, ich bin wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Okay, da kann ich nicht rein. In die Wartelobby. Okay. So, ich bin wieder. So, ich bin wieder. Okay, das ist cool. Okay, das ist cool. So, ich bin wieder. 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 Ich hab das auch ewig nicht mehr gespielt Ich hab das auch ewig nicht mehr gespielt Ich glaub ich hab das länger nicht gespielt als ein halbes Jahr Oh wen will ich denn spielen Killjoy Also ich habe Raze auf jeden Fall zuletzt gespielt Ja dann nimm die wieder wenn du die kennst Wir spielen auch mit Zac Enfront Wir können nur gewinnen Perfekt Und MatBellaMat222 Beste Leute mit Zahlen im Namen Erstmal Voice Chat ausmachen Hatte ich glaub ich nie an Ja Ich möchte unsere Leute nicht hören Hast du niemanden der noch mitspielen will? Nö Die mit denen ich immer gespielt hab Mit der einen hab ich den Kontakt abgebrochen Und die anderen waren alles nur ihre Sims Ah ok Perfekt Ja Also ich könnte Dani fragen, der zockt gerade Aber der zockt wahrscheinlich mit seinen Mates Aber ich weiß auch nicht wie viele die sind Wenn die nur zu dritt sind Ja dann wäre das halt optimal Muss dann mal gleich fragen nach der Runde So laut man, ich müsste das gleich machen Das Spiel bei mir auch Wenn ich nicht gestresst bin Wenn ich nicht gestresst bin Solltet ihr nicht gestresst sein Schaut doch Ich bin die Wunder selbst Sagt man doch so Oder? Oh Alter Dieser deutsche Exzent den sie gemacht haben Oh da muss los Werden die Namen da jetzt ganze Zeit angezeigt? Keine Ahnung mehr Riot kann manche Sachen Man muss sagen auf jeden Fall FPS Zahl mit 144 Passt Ich hab 300 Problem mit dem Netzwerk steht da Perfekt Yo Stepp mal nicht so laut Oh Pigs Du hast 4 AP, das läuft doch Ja läuft gut Letzter lebender Spieler Perfekt Ja erstmal einspielen Und erstmal Probleme mit dem Netzwerk bekommen Kein Ding, Rayna kann das machen Rayna kann das nicht machen Hä? Der ganze Spiel ist so laut Ich bin auch grade aufgefallen Alter ich hab das immer so laut gespielt Und verraten sie Ah Wir müssen nochmal Saben Ich bin doch ganz entspannt Aber ich kauf mir ne Ghost Ich kann mit der normalen Classic nicht Ich bin doch mal Dann legen wir mal los Oh shit Ich bin doch mal Auf A ist Rayna Auf A ist Rayna Keine Ladung mehr Keine Ladung mehr Gegner entdeckt Ich habe den Spike Ich habe den Spike Ja reicht Ach Mensch Am Anfang ist das immer so Mhm So was kaufe ich denn Die Phantom war immer lustig Das kann doch nicht sein Das kann doch nicht sein Das ich Probleme mit dem Netzwerk habe Habe ich in keinem Spiel außer Valorant Wie früher Ich dachte früher war das wegen der Anfangszeit Das ist immer so Ach Digga dieses Spiel ne Alter ich hab voll die FPS Drops Euer Ernst Was? Was habt ihr für Spackungen Alter bei dem Spiel Das Spiel ist halt einfach nur Null ne? 99 Rayna Die Russen wieder am Start Ja ich darf nicht sprayen Ich bin gerade an Call of Duty gewöhnt Hm Diese Raze hat gute Apparate Die werden nicht auseinandernehmen My Guest Die machen irgendwie alles andere als Eco Ah naja ok Naja ich kann mir halt nichts kaufen Also Same Komm Ich könnte mir schon was kaufen Aber es lohnt nicht Ja bringt nichts Du hast deine Rüstung dann Warte bis sie stirbt Hehehe 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 Mossworms raus Richtig schleuden Man Hab einen Sage down also Oh Braucht die Waffe Oh ich hab ihn mal gut gegeben Ui Hab ich Das ist Das sind zweist noch 30 sekunden ja alles plant hinter dir typier hier gehen lämse rein oh es leckt perfekt geil hast du ein leck gesehen? Ja, komm. Er hat bestimmt nur ein Pixel von mir gesehen. Ja, das sind halt die Leute, die nicht ein halbes Jahr Pause gemacht haben. Ja, das ist halt wirklich so. Aber guck mal, ich habe einen schönen Skin. Toll. Wow, ein Drachenkopf auf deiner Waffe. Dragon! Okay, ja gut, was spiele ich denn jetzt? Alter, was leckt denn das jetzt so, what the f- Hä, das ist, äh, same. Bei mir steht ganz oben rechts, Problem mit dem Netzwerk. Was soll ich machen? Gegner gesichtet. Oh, ich wurde geblendet und geholt. Also der Drachenskin ist schon cool, ne? Muss ich ehrlich sagen. Und macht Spaß? Bisher nicht. Bisher nicht. Hast du dem Drachen gerade was reingesteckt? Was? Hast du dem Drachen gerade was reingesteckt? Wir sind hier, weil wir die Besten sind. Vergesst das bloß nicht. Nein, ich hab den Drachen nix reingestellt. Sah aber so aus. Ich will PC neu starten, naja. Super startest dein PC neu und dann scheinest du als würde er mitspielen. Okay. Schau mal, ich hab noch einen schönen Skin. Bist du denn? Hinter dir. Ach da. Oh, Blümchen. Nice. Ernie. So ein Ernie, ja genau. Ein Casher. Bin ich ein Casher? Ernie ist auch dabei. Oh, sie haben die Reichweite. Kleiner. Was? Sie werden sich folgen. Bill Joy is used, guys. Oben. Oh, nicht so nice. Ich geh andersrum. Barriere erschaffen. Ja, komm. Höhlenfeuer hätte mich fast geholt, Alter. Ab einen. Den hier. Da ist noch einer. Ab letzten. Okay, ich hab die Operator mitgenommen. Ich glaub ich komm rein langsam. Ich glaub ich auch. Willst du ne Operator? Äh, ne. Scheiße. Ich hab ne Vandal. Ah, okay. Kannst du behalten. Na gut. Den Schmutz. Aber coole Jacke. Danke, danke. Ist auch gar nicht auffällig und so. Nee, nee. Das ist auch gar nicht auffällig und so. Nee, nee. Kannst du mal leise sein? Nee. Alter, immer am rumsteppen hier. Platzierer Alarmbot. Oh ja, aua. Rechts steht einer. Gegner gerichtet. Ich bin so schlecht. Alter, ich kann halt einfach Operator nicht. Ich kann nicht dieses One-Shot und None. Das kann ich eigentlich gut. Eigentlich. So, hier muss ich mich mal aufrecht hinsetzen. Was soll denn das? Ja, schön, dass du einen Drop brauchst. Kann ich nix kaufen, bitch. Die geizige. Gönnt gar nicht. Ich hab einfach nur 2,6 was. Nee, gönnts einfach nicht. He's not working. Plasziere Alarmbot. Alarm. Alarm. Den Spike-Träger hat's erwischt. Oh shit. Wieso gehen mir die Operator fersen? Ah, ja. Ah, ja. Ich hab' mir übrigens keine Dings gekauft. Oder? Oh shit, wem nix. Ja, hör' mal auf, so laut zu steppen, boi. Ich hab' mich grad von dir so erschrocken, ne? Ich hab eine. Ja, on point. Krap. Nice. Nice. Shish. Ja doch, ich komm rein. Ja doch, naja. Da steht auch kein Problem mehr mit dem Netzwerk. Das steht da jetzt nicht mehr. Das ist ja gut. Probleme mit dem Netzwerk haben also nur Loops, ja? Und jetzt geht's langsam. Oh, jetzt steht's wieder da. Danke. Tut mir leid. Naja, ist ja okay. Der Loops hat Probleme mit dem Netzwerk. Masken. Ah, ich setz jetzt gleich mal. Klop auf Holden. Wer ist denn hier? Wer ist denn das? Zac Efron. Der heißt Zac Enfro. Ja, ja. Klar. Du wirst doch ganz genau, was der will. Mit Gabriella klingeln. Oben. Im Fenster. Lade nach. Ach ja, stimmt. Man kann ja auch was erzielen. Voll vergessen. Das hätte ich wohl mal machen sollen. Kein Gift mehr. Ein Gegner infrittet. Lade nach. Lade nach. Letzter lebender Spieler. Los, Mann. Okay, cool. Der hat meine Waffe geklaut. Pisser. Das ist meine. Das taugt ihm jetzt. Kauf mir das. Wenn er geht, sie ist. Ah ja, man kann so zielen. Ja, das hätte ich früher wissen müssen. Toll. Was? Zielen? Ja, man kann. Ich weiß nicht, dass man zielen kann. Ja, ich... Kann man seine Waffe nochmal bekämpfen? Ich glaube auf G. Ja. Ah, okay. Meine Waffe. Was ist das? Was ist das? Äh, ich hab nen Glitch in meinem... Game. Lul, was war das? Was ist das? Ja, Enemy Kill Jar. Die Ult. Was macht die? Die ist kaputt. Ich hab einen. Komm von hinten. Danke. Oh! Fuck! Das sind zwei. Windau. Achso. Pia war gar nicht da. Cool. Pia muss da kurz weg, weil da war böse. Achso. Ende der Windau 2. Ein Gegner übrig. Perfekt. Ah, got him! Das tut scheiße weh. Das scheiße hurts! Bei mir sagt die scheiße weh. Ja. Das hat scheiße weh. Und ich werde drücken, um sie zu verteidigen. Okay, die wollen irgendwas verteidigen? Alles klar. Was? Keine Ahnung, die labert irgendwelche Sprüche da. Ja, normal. Das scheiße hurts! Oh, diese Lacks sind toll. Ja, wundervoll, gell? As one! Nee, wir sind fünf. Nee. Oh, Geis. Mit leise sein habt ihr es echt nicht so, ne? Sie werden sich freuen, Tom, einheit! Aua! Aua! Hammer! This scheiße hurts! Woah, hit uns! Woah, verdammt! Du hast gut gekämpft! Ah! Surferboy's on! Das ist schön! Bis zu welcher Runde geht das? Bis zu welcher Runde geht das? Ah! Bis ein Team 13 gewonnen hat. Ah, okay. Surferboy nicht mehr lang. Letzte Runde in dieser Hälfte. Gebt die Kohle aus, bevor sie weg sind! Wir spielen das noch schnell zu Ende. Wir rennen jetzt runter, was? Excuse me. Hier. Erzittert! Lauft! Jetzt geht die Partie ab! Ah! Platz ihre Nahrung warm! Äh, da können wir anfangen. Bereit fürs Höllenfeuer? Hier! 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 Da später! W ouf! W ouf! W ouf! W ox! 製 celestial contraire0 loudly! Ah! Die Schrift! W zaczyN Ultarde! We firsti! He Syru! Auf einem Lacken! Die Systemarbeit吗?! Bei mir kommt er! Kim? Ich muss dir gleich einen Screenshot machen! Schick mal einen Link, wohin ich soll wegen Talken. Pia? Kannst du mal deinen Discord Link in meinen Chat schreiben? Gleich. Gleich. Ich muss Prius setzen. Kein Problem. Geh mal da! Ich bin sehr gespannt. Er muss dann den Wartedings, ne? Ja, das checkt er schon. Gut. Okay, das ist was sie gesagt. Ja! Bei B2. Nice. Finde ich auch super nice. Bin ich voll bei ihr, fände ich richtig nice. Mhm. Let's erleben das Spiel! Aber bad escalated quickly! Ein bisschen vielleicht. Aber okay! Okay! I'm not understanding right now. I'm not understanding right now. Nix to slim. Nix to slim, okay. Ich muss mal kurz weg. Girls talk. Okay. Kim. Alles klar. Habe ich dir nicht neulich gesagt, wie mal die Mood ist? Ja. Hallo, sie ist zurück! Die weiß aber nicht, dass du getrunken hast. Also... Ja. Was war man hier für übel? Dass du ein Alki bist, dafür kann sie nichts los. Haha. Perfekt. God, I'm getting very... Wie leer ist denn deine Karaffe schon? Äh, halb leer. Karaffe? Ja, die macht dich so ein Liter Kaffee und zwei Liter Wodka O und was weiß ich. Mindestens. Die Pia ist nicht ganz normal. Halleluja. Guten Tag, der Herr. Bitte seien sie hier brav, sonst werden sie ganz schnell wieder gekickt. Hallo. Grüß Gott! Das war ne nette Begrüßung, oder? Was? Wenn ich mitbekommen kann, kannst du dich bitte dreimal wiederholen. Ich habe gesagt, bitte seien sie hier ganz lieb, sonst werden sie ganz schnell wieder gekickt. Und dabei habe ich kein Problem. Ich habe einen. Damit lieb zu sein, nur gekickt zu werden. Ja, ich bin auf und hier. Oh, du geil. Es lebt etwa. Ja, Cam, das musst du jetzt rausfinden. Ja, so werden sie. Hier. Gegner ist echt. Genau. Gegner gesehen. Ein Gegner übrig. Weit gefunden. Oh, ich bin so dumm. Kein Ding, Mann. Immer noch Ärzte. Alles ist gut. Solange du wild bist. Oh, du hast dir ne Marshal geholt, du. Reu, Digga. Ja, Mann. Läuft da einfach mit einer Marshal rum. Die ist cool. Ich habe Melder gegeben. Easy. Alles klar. Die ist cool, die ist cool. Mach her, ich besser dich. Ich treff nicht. Nee. Du Hacks, du kriegst keinen Schaden. Ja. Immer diese Hacker hier. Hacker, Hacker, Hacker. Kappa. Na, hier bei mir. Du bist schon hier bei mir. Pia, gehst du heute eigentlich früher schlafen. Was? Was? Kann ich jetzt mal bitte jemand mit übersetzen, was die Kind gerade gesagt haben? Nein. Hä? Ich stehe aber um 6.30 Uhr auch, weil ich noch meditieren will. Ich verstehe die Frage nicht. Watt? Alter, ich bin so groß. Ja, das frage ich mich auch gerade. Ja, ich denke auch nicht, dass ich es schaffe, früher schlafen zu gehen. Hä? Früher schlafen, was ist das? Ist so. Mindestens bis zu 3, wenn ich noch diese dumme Serie zu Ende schaue. Welche? Alice in Borderland. Oh, please. Wieso schaut ihr sowas? Das ist sau lustig. Das ist echt. Ich habe es mit dem Splatter. Aber tatsächlich habe ich es mir interessanter vongestellt. Aber man merkt, dass bei Alice in Borderlands es ist nämlich eine japanische Produktion, ich glaube es ist eine japanische Produktion für den Trio. Und man merkt einfach, dass Asiaten ganz anders. Also nicht ganz anders, aber schon sehr anders. Fährt, äh, für mich noch. Das ist sehr interessant. Ich kenne das, weil ich mal früher ein paar koreanische, südkoreanische Streichen gesehen habe. Die machen sehr dramatic shit. Und ich sag dir, dieses Alice in Borderlands könntest du einfach eins zu eins, könntest du so einen Anime-Filter drüberlegen, was du das fassen. Europäische oder amerikanische Filme... Junge, was tut du da? Der lässt sich ganz viel Zeit. Junge, das ist von uns, deswegen siehst du das auch. Ne, komplett lost. Aber ja. Oh, die, der stirbt doch. Ja, natürlich. Mein Leih in das Steppen ist halt auch nicht so drin bei euch irgendwie. Ja, der steht da hinter dem Garten und guckt. Oha, okay. Hecker. So schlecht war das gar nicht? Egal, ich bin immer besser. Kapper. Dafür habe ich trainiert. Also ich meine, 11-2-1 ist für das erste Game gar nicht scheiße. Ich will jetzt gar nichts dazu sagen. Ohne meinen Anwalt sage ich nichts. 11-12-1, ey. Da sehe ich mich alte vorm Laufkombi. Ja, was darf er? Probleme mit dem Netzwerk habe ich immer noch. Perfekt. Also ich sage mal so, also ich bin sogar so schlecht und wenn mich das Game auch mal aufregt, dann... Deinstallierst du es? Ja, das ist... Boah, dann hätte ich League schon so oft deinstallieren müssen, ey. Ich habe für über drei Jahre nicht gespielt. Vorher sind das zur Tour um den Bildschirmherr geflogen. Und das sage ich jetzt nicht so, sondern es ist wirklich so. Ja, das glaube ich schon. Ich irgendwie nicht. Also ich schreie rum, aber ich schmeiße nichts. Weil ich weiß, dass... Das hast du wunderschön gemacht. Ich bin so stolz auf dich. Ich war irgendwo an einem Punkt, wo ich mir einfach 20... 10 Euro Tostaturen gekauft habe, die waren im Schrank waren. Eine kaputt gemacht habe, die ich am nächsten aus dem Schrank geholt habe. Nice. Effizient. Ja. Nimm die Wände mit... Du bist so ein Inter. Jaaaa. Nimm sie doch selber. Danke. Ich bin tot. Merkste was? Merkst du was? Nein. Siehste. Bester Konter EOW. Was? Raus aus meinem Zuhause. Nee, du. Ich push jetzt nicht. Nee, ich push jetzt nicht wie so ne Doofe. So. So. Oh, ihr könnt mich alle mal. Oh. Die GNA, die GNA, die GNA, die GNA. Nice asking. Ich würde besser abhauen. You should run. Muhahaha. Ubi, ich hab dich gehört. Er hat dich aber nicht gesehen. Er hat dich aber nicht gesehen. Er hat bei mir nur geleckt. Er hat bei mir nur geleckt. Er hat bei mir geleckt und er ist bei mir an dir vorbeigelaufen. Perfekt. Das sind so immer wieder mal welche. So lags. Aber keine FPS drops. Das ist cool. Aber warum hast du denn lags? Also. Ich hab auch lags in League zum Beispiel. Jedes Game wieder. Und es macht eigentlich keinen Sinn. Nee, ich weiß nicht. Da steht oben rechts Probleme mit dem Netzwerk. Warum auch immer. Es ist. A small indie company. Es macht keinen Sinn. Perfekt. Ich weiß nicht, also wie das überhaupt zustande kommt, aber. Ja. Hey Kim, was spielen wir morgen dann während dem Unterricht? Die Anime ist wahrscheinlich ziemlich viel. Ich hab nicht ein anderes. Oh Mann. Oh, der Vince ist online mit Anime Crossing. Der Vince schminz. Was? Er streamt auch? Nee, nee. Achso. Ist bei Anime Crossing online. Ja, bei Nintendo online. Das ist die Benachrichtigung auf Nintendo Kabel. Ach so. Du. Ich hab ihn komplett verbirrt. Kann ich fangen nennen. Er hat übrigens auch ihm als Freundin zum Beispiel schon angenommen. Das ist in Ordnung. Das ist nett von ihm. Das ist nett von ihm. Zombie. Ich glaub, es wird wie nur so ne Vermutung. Ja. Jaja, die sind auch bei mir. Die haben meinen Bot getriggert. Ich bin tot. Die russischen vor. Die push hin. Die push hin. Die push hin. Die push hin. Mhm. Oh, 137. Aber es ist halt Ray now. Genau. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Hi, Allies. Reparieren sie sich für das Goldenfeuer. Okay. Letzter Leben der Spieler. Ich werd Synchronsprecherin. Undsprecherin. 34. Ja. Machs gut. Voll lieb. Der hat den Stimfuß hingeschissen. Voll nett, Mann. Das Ziel muss mir wieder ne Waffe mit mehr Bums holen. Ich hab mir grad die Guardian gekauft. Was? Das ist ja widerlich. Die ist cool. Die ist cool. Die ist cool. Lieber widerlich als widerlich, was? Äh, null. Hier? Hallo. Alles gut? Ich hab gesagt, ich bin in einer Mut gegeben. Äh, also. Äh. Kommen die wieder B? Also A sind sie auf jeden Fall. 100%ig nicht diesmal. Jaja, die kommen auch B wieder. auf jeden Fall. Ich schieß die ganze Zeit gegen die Wand. Oh, Mann. Report mich nie. Echt, die Wand hab ich getötet auf jeden Fall. Gut. Oh, die gehen sowas von a safe. Ja, die sind gerade schon T-Level. sei leise die hören dich doch niemals in die eier hast du geschossen hey was war das denn ja wenn du jetzt auch noch treffen wir das radar kann doch einfach nur ja genau schafft er nicht ja aber jetzt nicht komplett was soll ich mir jetzt für eine waffe kaufen nur schmutz ja die aris ist ja bestimmt auch lustig die aris ist wundervoll vom gefühl her dauern die runden schon lange die aris ist cool die flanken einer für mich dass man zurückkommen ist nicht mehr im radius stehen die hat kein geld mehr meine finanzen sind am ende diese leck sind wundervoll macht spaß ja die steppen bei a 140 sage 99 die reyna der marschie jetzt schon zu zweit mehr aus der hüfte schießen ja mehr aus der hüfte ellenbogen in die knie laden sie bitte meine wunderschöne wach hin eine runde noch oder ja dann die bulldog keine andere wahl ich könnte ja auch ich finanziere mich selber oder was ja 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 eine geht ab Mitte Ne, der ging in A, definitiv Einer ist hier auf jeden Fall 2 hier Ok, was war ihre Mission? Mauer errichtet Mauer errichtet Mauer errichtet Mauer errichtet Mauer errichtet Mauer errichtet Fangen die Spectre an Was anders geht nicht Achso, äh Wie macht man das dann? Rechte Maus Anwagen jetzt habe ich kein geld mehr nimmt mich aus kann ich dir nicht helfen noch die niere jetzt gibt schon hier die schalte also bisher ab wieso gibt es ausgangssperre um die leute zu ärgern vor allem dich allein zu ärgern du hast mir meine waffe geklaut du arsch ja und ich bin ich gar nichts an ich bin wieder am leben mach doch das wäre komplett los gewesen ich bin nicht letzter ich auch nicht so selber ich lasse ich ich lasse dich ein ach so ja ich bin beste aus unserem team wo ich sehe dich ich mache meine beitrittsanfrage ich war ja also ich habe gerade egal ich habe bevor dann die rausgeht er hat da war um was angenommen oder dachte sein jungs gerade und zockt raus der der so lost der fegut ich lade ich noch mal ein einladen ich schreibe mal wo ist er denn wo ist er denn wo ist er denn ach ich schreibe ihn einfach im stream so warte ich schicke ihm den link kommt er ja scheint so hier warst du noch mal mit dem link von deinem chat buchspagen ach in meinem chat auch noch ich glaube du musst dir mal beibringen schlauer zu sein ja probiert was sagt er was alkohol ist leer doch Dani spielt safe mit was ist denn jetzt wir sind zu dritt ihr seid auch schon zu dritt der weiß der weiß der weiß überhaupt worum es geht er sagt die sind schon zu dritt und wir sind auch zu dritt ist es halt lust ja dann fliegt halt einer raus kappa ja egal komm starte hier starte ja mach ich doch und die spielen eh auf ernst und wir so gegner oh toter gegner oh ich geh schon auf die zweite ich will mal die neue match spielen hallo keine ahnung ich klicke irgendwas will der chat ah lieber ruhig geh Kim der spielt mein champion was war das Gottfried was du bist doof warum du spielst chat das war das erste beste auf die rauf geklickt habe keine ahnung was das ist wow du musst doch auch überlegen was du möchtest ich meine gar nichts doch ich möchte viel aber es ist nicht im game ja das was ich will ist jetzt schlafen gegangen ich häng mir nur so hallo und gehen sie mal um wenn sie schlafen was passiert bei der packung schlips nicht ja die liegt hier neben mir boah recht hart weil es eigentlich irgendwie was ich will aufstellen wo sind die tortilla mit den dings ich werde aufgefressen krass der läuft schon einfach an mir vorbei ich rede mit ihm der läuft einfach weiter hallo 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 du bist einfach grad am schlafstimmern vorbei und ich hab gesagt liebe liebe wo ist die packung mit den tulips wo sind die tortilla mit dem dip und du darfst weiter gehst im stream hallo 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 hab ich nicht gehört ja ja genau ich hätte dir am liebsten auch geraten die ohren zuzumachen beim vorbeigehen du hallo hallo nicht dass du mir nur was für mich holen musst ich hab ihnen vorhin schon voll viel geholt aber ich hab's wirklich nicht gehört ja eben deine alten knochen brauchen bewegung also da hast du allerdings recht so war ich hab bei unserem ersten treffen verschont ich hab schon wieder vergessen mich alt bitte ich hab schon wieder vergessen mich alt hallo 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 das geht schon los das geht schon los das geht schon los oh Pim übrigens ne Kalle ist so süß oh ich hab direkt weniger Leben weil ich hier runtergesprungen bin Kalle Kalle ist es die Ente mit den Augenbrauen am besten du springst hier nicht runter ja ich hab den nämlich letztens auf der Insel getroffen ich hab den angesprungen ich finde den auch toll ist ich lass den nie ausziehen das weißt du schon ne ja gut leider nein boah ist das ungewohnt wenn man nur CAD spielt ist so boah ich komm gar nicht auf mein Leben klar was ist das hier aah ich bin schon tot okay ich hab Argenshilfe ja wie spuschen wir eigentlich auch wenn wir die Verteidiger sind weil wir krass sind einer tot haufen Gegner hier ach die Lecks sind wundervoll cool jetzt ist niemand auf C wir sind alle auf A hm wo werden die Gegner vorhin rekt die Bombe ist bei Tengi die Bombe ist bei Tengi der ist da irgendwie okay bei Tengi ehhh nö ich hab gekauft ich spare noch ich spare noch weil ich eh Lecks hab ne ich hatte gerade 100 prozent paketverlust wieder irgendwelche windows updates ich gehe um die ecke ist dreimal wieder zurück 90 gigabyte ja die wollen mich doch rollen ich bin tot ein gegner spiel voll den kill geklaut hat mit der dude was soll das ok in 28 minuten kann ich star wars battlefront 2 spielen ach lol vielleicht hast du deswegen paketverlust nö ich hab's gerade erst angefangen achso der paketverlust war davor schon da achso mir kann ja nicht mehr schlimmer werden ja das spiel ist einfach nur schmutz irgendwie es ist halt von rito ne small indie company und so boah mann gerade geht es bei mir gar nicht mehr letzte runde ging es wenigstens ein bisschen ja das ist eigentlich einfach nur wie so ein abwehr alter öh was mach ich da du springst durch die ey jetzt hör mal auf hier mich zu schmucken ja ja was ist das du hast ne smoke grenade geworfen ja ich glaub B nö 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 oder eher C ja C den können sie mal leise sein hierher take die ich hab ein ich noch mal als wär's das erste mal eygut bin gut drauf ich habe kein geld ich auch nicht so muss das noch weniger als ich keine ladung mehr entschuldigung die toilette ist besetzt du kannst du so nicht spielen den tod weil es leckt man hat sich voll erschreckt also keine ahnung vielleicht habt ihr ja meinen stream offen aber dann seht ihr was das problem ist also keine ahnung was das für ein lag ist aber der ist richtig eigenartig frage von wo kommt das ja woher soll es denn kommen das kack spiel ist einfach nur kacke alle solche ich was sagen die ersten zwei runden hat es nicht geleckt doch es leckt schon ganze zeit bei mir nicht die ersten zwei runden jetzt hier hat es nicht gelenkt die gegner die hätten die hacken safe ja was ansonsten hä 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 verstehe das problem nicht ich glaube die gehen auf c ja planten sogar schon ich wird geflasht aua Oma, Aua. Ach, Bruder! Ich hab keinen Bock mehr. Ich will mehr Alkohol! Perfekt. Ist das schon leer bei dir? Mhm. Bei mir ist gleich leer, noch einen kleinen Schlüssel, dann bin ich fertig. Ich will mehr Alkohol! Schön. Ja, aber dann müsste ich mich bewegen. Und mein Ohrsaft ist noch kalt. So, ich beende meinen Stream, haut rein Jungs, tschüss!